Laufschuhe an? Der kann schon mal Gas geben hier, der Teufel. Mit Gummistiefeln rennt, das ist aber echt ein Scherz, ey. Dann rutschen die Socken und so. Ich bin jetzt von der Messe, ja? Schön. Susanne, Susanne. Ja, alte Spur. Ein bisschen das Problem. Ne, da sind wir gerade zurückgelaufen. Da sind wir vorhin zurückgelaufen. Mach nicht zu schnell mit ihm, dass er nicht zu sehr ans Rennen kommt. Schnelles Gehen ist der Optimalfall eigentlich. Du kannst zwischendurch mal laufen, aber schnelles Gehen wäre der Optimalfall. Wir haben viele Spuren über Lagerung, deswegen kann das schon mal passieren. Guck mich mal an. Und dass er ein bisschen Querlo sucht. wenn man nicht zu schnell auf die Flammen gehen kann. Ich bin jetzt der Optimalfall. Es ist der Optimalfall. Das ist der Optimalfall. Ja, du kannst. Hat die bestimmt verlor, weil die gelaufen ist. Ohne Scheiß. Hänsel und Gretl hat die gespielt. Wenn du weißt, es geht geradeaus, kannst du mir, wenn er vorläuft, auch ruhig noch ein bisschen mehr Leine geben. Genau, super. Schön, erstmal scheißen. Erstmal eine Runde Aufregungsscheißen. Und der Schafkurs, oh, das ist natürlich schön extrem hier. Ich habe es dir ein bisschen schwerer gemacht, beziehungsweise den Vasko. Gravios. Ich werde es mit der Kamera kurz mal zu den Schafen schwenken, damit du das auch festhalten kannst. Ich finde es schön zurück immer, sehr gut. Ja, das ist ein Problem gerade, weil wir dem entgegen gehen müssen. Dann bremst jetzt hier mal ab. Oha, du bist schnell. Ne, das schaffst du nicht mehr. Super. Ich bin ganz raus. Ich hoffe, der geht geradeaus weiter. Den Hofer gehst du links auf die Wiese, wenn er abliegen sollte. Aber wunderbar. Das hat er gut gemacht. Der fängt auch wieder an. Wenn er die Schafen schon ausblendet. Fein, war es gut. Alles gut, super. Alles gut. Typ, jetzt mach dich doch vom Acker. Ich zeig dir nochmal der Kamera die Schafe. Okay, vom Prinzip geht es gleich da lang, damit du Bescheid weißt, falls er dem Hund hinterher fahren möchte. Okay, und neu ansetzen. Okay, und neu ansetzen. Komm mal hier. Komm mal hier. Krass. Zwei. Ja, jetzt kommt gleich der schwierigste Part wahrscheinlich. Ach nee. Komm mal. Komm mal hier. Jetzt muss ich auch ein bisschen raten, jetzt müssen wir uns auf ihn verlassen. Ich habe nur Anweisungen gegeben. Lass ihn laufen, nicht in der Nähe der Schafe, halt ihn besser fest. Yippee!